Heino ist die geizte 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 Herzlich willkommen bei DAAADDADAADAA aside Herzlich willkommen bei S-U-S Heute mit Garten pnea Einen schönen Abend Eeins ause einen schönen Abend Und hallo zu Sass, wie immer live aus der Gatturgatland. Wenn ich gefragt werde, welchen Gast ich mir noch mal wünschen würde, und das ist jetzt wirklich kein Scherz, dann habe ich ganz oft gesagt, Otto, den hatte ich noch nie, obwohl er schon ein paar Mal da war bei uns, und jetzt ist Heino hier. Freu mich, herzlichen Dank für die Einladung. Ich hab kein Bock auf dich. Toll, leck mich mal am Arsch. Tschüss. Heino, würdest du gehen? Also, momentan würde ich lieber bleiben und, äh, ich möchte auch noch Erdbeeren, dann möchte ich noch Kirschen. Heino, du sagst jetzt Tschüss. Gar kein Problem, ich schlag die Ack in die Fresse. Klar. Wo ich dich sehe, mein erster Eindruck? Och, ne Siegezicke. Aber Heino, du bist Knacker. Heino, krepiere. Bist verrückt. Es war von mir höflich gemeint, äh, aber, äh, man kann es ja eh nicht verhindern, dass ich, äh, nö, 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 da die Zähne schiefschlagvollste. Ich hab ja jetzt, äh, auf meiner neuen CD, hab ich auch Musik drauf. Und ich komme auf die Mimi. Ich saufe und rühre. Und ich saufe. Ich bieche still lieber. Ich komme auf jede Mimi. Das war großer Ramsch. Und tschüss, sagste? Äh, äh, ich hab ja jetzt mein großes Geschäft gemacht. Auf dem roten Sofa. Ja, das war große Sofa. Aber ich möchte meine Kirschen. Ich hab jetzt, ähm, äh, Geschichten. Lul. Ich bin dann so am Strand entlang. Auf einmal sag ich, so 10, 15 junge Leute im, im Sand sitzen, in dem mitten Radio drin. Und, äh, die spielten an mein Lied. Ja, ich hab ne Gänsehaut gekriegt. Das war schön. Hab ich auch dabei gesungen. Heino ist die geilste Sau der Welt. Aber Heino, tschüss. Erst wenn ich, äh, Schluss sage, dann ist Schluss. Jetzt ist Schluss, du kleines Sexstück. Heino ist die geilste Sau der Welt. Und, äh, das ist das Problem. Vielen Dank.